Du planst eine Reise im wunderschönen Norden Norddeich und möchtest hier in Zukunft keine Events, Schnäppchen und Co. mehr verpassen? Dann solltest du auf jeden Fall unsere smarte Reisebegleitung Nora nutzen. Damit du bei den vielen tollen Angeboten nicht den Überblick verlierst, werden dir in der App ausschließlich die Veranstaltungen, Aktivitäten und Co. angezeigt, die in deinem Urlaubszeitraum stattfinden. Also Urlaubsplanung ganz entspannt und ohne Kuddelmuddel. Vorab kannst du deine Favorites in der App markieren, sodass sie unter dem Bereich Meine Reise für dich gespeichert werden. Aber jetzt kommt's, denn in Nora findest du noch etwas ganz Wichtiges für deinen Urlaub. Und zwar deine digitale Gästekarte, damit du sie jederzeit dabei hast. Mit dieser Karte geht's für dich nicht nur kostenlos an den Strand, sondern du bekommst auch viele tolle Rabatte. Zum Beispiel den Urlauberbus für nur 1 Euro oder zu unserem Wellenbad mit echtem Meerwasser. Heel wat moi, oder? Nun aber mal Buddha bei die Fische. Woher bekommst du eigentlich deinen Zugang zu Nora? Ganz einfach. Sobald du deine Unterkunft gebucht hast, schickt dir dein Vermieter zwei Wochen vor Urlaubsstart den Einladungslink per E-Mail. Und wenn du als Tagesgast, also ohne Unterkunft bei uns Urlaub machst, kannst du Nora ganz fix über unsere Homepage abgelieren. Also, worauf wartest du noch? Starte deinen Urlaub mit Nora an deiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.